Marcel fragt, was wird bei Preisverleihungen für Bier eigentlich getestet und warum nehmen wir nicht an jedem Wettbewerb teil? Ich bin Christoph und das ist eine Minute Bier. Marcel hat da eine spannende Frage gestellt. Dazu muss man erst mal sagen, jede Teilnahme an einem Wettbewerb kostet Geld. Daher überlegen wir sehr genau, bei welchen Wettbewerben wir unsere Biere einreichen. Weil mit Wettbewerben eben Geld verdient wird, gibt es inzwischen Bierwettbewerbe wie Sand am Meer. Teilweise erhält man schon für die Teilnahme eine Auszeichnung oder es gibt so viele Kategorien, dass man sich sicher sein kann, mit einer Medaille nach Hause zu gehen. Für uns ist es wichtig, dass bei solchen Wettbewerben klare und objektive Kriterien angelegt werden und professionelle Tester unsere Biere verkosten. Das ist nämlich genau das Wichtige. Das Ergebnis muss für euch relevant sein. Ihr müsst den Unterschied, die Qualität und den Geschmack der Biere im Glas erleben. Diese Wettbewerbe sind hart. Wir gewinnen nicht jedes Mal. Aber aufgrund der Rückmeldung der Tester können wir jedes Mal ein bisschen an uns arbeiten und ein wenig besser werden. Das war eine Minute Bier. Ich bin Distelhäuser.